Egal, ob du Unternehmer schon bist oder überlegst, dich selbstständig zu machen, auf jeden Fall wirst du Interesse daran haben, noch erfolgreicher zu werden. Nur der Erfolg in der freien Marktwirtschaft ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Entscheidungen aufgrund von zuverlässigen Prinzipien. Und eines dieser Prinzipien, nämlich wie du Bestseller-Produkte findest, das sogenannte Aldi-Prinzip, das werde ich dir heute in diesem Video mitteilen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe viele Unternehmen gegründet und eines davon auch die X-Group, die sich hauptsächlich damit befasst, Menschen dabei zu helfen, zu gründen, zu wachsen und später auch erfolgreich zu verkaufen. Und bei einigen dieser Unternehmen habe ich große Fehler gemacht, weil ich das Aldi-Prinzip nicht kannte. Und ich werde dir heute zeigen, was den Unterschied bei dem Unternehmen Aldi ausmacht zu all den anderen Einzelhändlern, die es teilweise heute nicht mehr gibt. Wenn du dir im Schnelldurchgang die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte im Einzel- und Großhandel vor Augen führst, wirst du eine ganze Reihe von Veränderungen beobachten. Ganz am Anfang wurden die Produkte getauscht, dann traf man sich irgendwann auf den Markt. Schließlich gab es den ersten Kaufmannsladen, so wie die Kinder heute spielen, wo die Produkte aus dem Regal über den Tresen gehoben werden. So kaufst du heute noch deine Produkte bei der Apotheke ein. Und dann gab es die erste große bahnbrechende Änderung, wo nämlich der Kunde selbst ins Lager gelassen worden ist mit so einem kleinen Metallkorb auf Rädern, was für dich und mich heute völlig normal ist, dass wir selbst unsere Produkte suchend einsammeln. Tatsache ist, dass dem Kunden die Arbeit der Produktauswahl und Produktbeschaffung aus dem Lager rübergegeben worden ist, was natürlich die Personalkosten senkt. Was hat nun die Gebrüder Aldi so erfolgreich gemacht? Sie haben sich mit dem Kernstück ihres Geschäftsmodells noch näher befasst, nämlich dem Regal. Sie haben folgende Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, wir nehmen nur Produkte ins Regal, die mindestens 1000 Mal im Monat verkauft werden. Das bedeutet, du bist Produzent und möchtest ganz gerne überall die Produkte an den Endverbraucher bringen. Dann kannst du dort zu Aldi gehen und dich um einen Platz im Regal bewerben. Heutzutage ist es sogar schon üblich, dass dich das Geld kostet, dass du überhaupt die Möglichkeit bekommst, dein Produkt ins Lager, ins Sortiment einzuführen. Als nächstes haben die Gebrüder Aldi einfach gemessen und sie haben festgestellt, dein Produkt wurde 1500 Mal innerhalb einer Zeitperiode X, sagen wir mal im Monat, verkauft. Also hast du den dauerhaften Auftrag bekommen, deine Produkte liefern zu dürfen. Wenn du allerdings ein anderes Produkt verkaufst und das wird nur 890 Mal im gleichen Zeitraum verkauft, das heißt du liegst unterhalb der 1000 Stück Grenze, dann kriegst du keinen dauerhaften Lieferauftrag. Wenn du also das nächste Mal bei Aldi einkaufen gehst, dann lade ich dich ein mit einer neuen Perspektive, die Produkte im Lager zu betrachten, denn eines weißt du heute, diese Produkte sind alles Bestsellerprodukte. Kein Produkt dort wird nur einmal im Monat verkauft. Und das ist auch der Grund, weshalb du bei Aldi nicht das gesamte Warensortiment findest, wie beispielsweise bei anderen Mitbewerbern. Was kannst du denn daraus lernen für dich und deine Geschäftspolitik? Das Erste ist, dass du nicht den gleichen Fehler machst, den ich beispielsweise am Anfang meiner Existenzgründung auch gemacht habe und den ich bei so vielen anderen Unternehmern sehe. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich auf mich geguckt, was ich so toll fand, was ich gut konnte und bin damit an den Markt gegangen und dachte, alle anderen müssten das auch toll winnen. Tatsache ist aber, dass dein eigener Geschmack oder das, was du gelernt hast, nicht unbedingt das ist, was auch der Markt in einer solchen Menge auch will, dass du davon leben kannst. Ich lade dich also ein, als erstes darauf auch zu gucken, was am Markt gut ankommt und nicht darauf zu gucken, was du so toll findest oder was du zufälligerweise gerade gelernt hast. Das bedeutet also für dich, entwickle eine Liste von Produkten oder von Dienstleistungen und sei dir bewusst, dass diese Liste in ein, zwei, drei Jahren, wenn du dieses Aldi-Prinzip anwendest, ganz anders aussehen wird. Wenn du also deine Liste mit den aktuellen Dienstleistungen, Produkten, mit denen du an den Markt trittst, aufgestellt hast, dann lege als nächstes eine Kennzahl fest. Und die Kennzahl steht dafür, wie viele Produkte möchtest du im Monat, in der Woche oder am Tag verkauft haben, damit dieses Produkt oder diese Dienstleistung auch weiter in deinem Angebot, in deinem Sortiment bleiben darf. Und dann beobachtest du bei mehreren Wochen und Monaten vielleicht mit einem Berater gemeinsam den Verkauf, den Absatz, deinen Umsatz und du wirst feststellen, dass nicht alle Produkte und Dienstleistungen die erforderliche Kennzahl erreichen. Das bedeutet für dich, die Liste zu bereinigen, die Plätze im Regal freizumachen für neue Produkte und Dienstleistungen, die du danach entwickeln kannst. Aber damit ist nicht Schluss, denn diese leeren Plätze werden wieder besetzt mit neuen Produkten, mit neuen Dienstleistungen, die du mit dem Ohr am Markt im Gespräch mit dem Kunden durch Analyse der Bedürfnisse deiner Zielgruppe herausgefunden und entwickelt hast. Und diese neuen Produkte kommen auch wieder in das Regal und werden wieder gemessen im nächsten Bemessungszeitraum. Wenn du so also über die Wochen, Monate und Jahre in die Zukunft gehst und ständig dein Produkt- und Dienstleistungssortiment überarbeitest, überprüfst und auswechselst und stetig erneuerst, dann hast auch du die Chance, wie die Gebrüder Aldi, nur Bestseller in deinem Sortiment zu haben. Wie du also siehst, ist der Erfolg am Markt, in der Marktwirtschaft alles andere als Zufall. Es sind vielmehr Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten und Routinen, regelmäßig durchgeführte Prozesse, die dazu führen, dass du immer bessere Produkte und Dienstleistungen an den Markt bringst. Wenn du überlegst, wie es gerade im Einzelhandel, im Großhandel weitergeht, dann wird dir ein Blick ins Internet dabei helfen, denn dieses reine physische Regal wird es vielleicht so in der Zukunft nicht mehr geben. Diese Regale stehen irgendwo auf dem Feld in irgendwelchen Lagern und dort werden fast schon robotermäßig die Produkte aussortiert. Nicht mehr der Kunde muss selbst reingehen, weil das Regal virtuell nach Hause geliefert wird. Und bei dieser virtuellen Regalsortimentsauswahl gibt es gute Software-Systeme, ob es Jungle Scout oder andere Produkte sind. Du kannst ganz genau heute digital nachmessen, welche Produkte wie häufig verkauft werden. Und das soll auch dir eine Hilfe sein im Produktbereich und im Dienstleistungsbereich brauchst du andere Systeme und Prozesse, die dir helfen, deine Angebote stetig zu optimieren. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann lade ich dich ein, gerne nicht nur ein kostenfreies Erstgespräch in Anspruch zu nehmen, sondern vielleicht auch eine Begleitung durch unsere Berater und Coaches, die bundesweit arbeiten, über drei, sechs, neun, zwölf Monate oder vielleicht über drei Jahre auch zu buchen, um dein Produkt- und Warnsortiment zu optimieren. Denn denk dran, wenn du dein Waren- und Dienstleistungs- und Sortiment nicht optimierst, wird es möglicherweise dein Mitbewerber machen. Also zögere nicht, bewerte jetzt gerne das Video mit Daumen hoch, abonniere unseren Kanal, dann kriegst du weitere solcher Videos und buche jetzt ein kostenfreies Erstgespräch. Dein Daniel Schäfer.